Artikeltraining Deutsch Teil 9 der Sport Fußball ist mein Lieblingssport und er ist immer noch voll im Trend. Wahrscheinlich, weil es so viel Spaß macht. Wenn der Kampf um den Titel losgeht, bin ich besonders aufgeregt. Ich weiß auch nicht, warum gerade besonders zu Beginn. Jeder Punkt ist für mich super spannend und der Sieg ist sehr wichtig. Sport, Kampf, Sieg, Spaß, Trend, Ball, Titel, Beginn, Schritt, Punkt – alles der Artikel Der Sport Der Sport Der Sport Der Kampf Der Kampf Der Kampf Der Sieg 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 der trennt der Ball der Titel der Beginn der Schritt der Punkt der Punkt jetzt du Fußball ist mein Lieblingssport und er ist immer noch voll im Trend wahrscheinlich, weil es so viel Spaß macht wenn der Kampf um den Titel losgeht, bin ich besonders aufgeregt ich weiß auch nicht, warum gerade besonders zu Beginn jeder Punkt ist für mich super spannend und der Sieg sehr wichtig die die die